hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft hallo staffel 3 neues abenteuer beginnt mit dabei der jana stecker ganz schön die ort gemacht hat und da jetzt mit meinen pc und der ali ja der alex jetzt auch morgen wieder ja ich hab ein bisschen problem hier update im hintergrund aber lauft ist okay ich bin euch schon so jetzt ist ja hier auch fertig das kann ich auch laufen doch mal in richtung wasser vielleicht finde ich euch dann ja wir sind in richtung wasser runter in dieses kleine welt mit mir hat ein bisschen musik noch leiser machen und für alle die sie wissen wollen wir spielen in der 18 deshalb auch nichts mit mord und kram wollte ich sagen genau ich kann das nicht aussprechen ja noch sprich du es aus und übrigens witzige aktion bei nitrado sommer event läuft seit einer woche oder so und noch bis an bis zum ende oder so eine große map wo ihr zocken könnt und wo ihr quest erfüllen könnt und wenn ihr eine nitrado account habt habt könnt ihr diesen mit eurem minecraft account verbinden und kriegt für jede abgeschlossene quest ein paar cent auf euren account das klingt doch mal cool also für ganz fleißige die können sich da ein paar monate server ausspielen ne nicht wirklich tschuldigung übrigens dass wenn ich so zunehmend ein bisschen wusste aber ich bin noch ein bisschen angeschlagen aber auch jemand der bank ja bau mal eine w-bank 3d gerendet sind was ist 3d gerendet die weg war guck mal 6 was wo tatsächlich ist mir auch noch nicht aufgefallen aber ich habe doch ehrlich gesagt in der neuen version noch nicht wirklich gespielt und ich weiß auch nicht so unbedingt was alles dazu gekommen ist ein bisschen was weiß ich aber nicht alles es gibt ein paar neue blöcke schwamm zum beispiel der wasser aufsaugen kann und es gibt unter wasser tempel festungen wie auch immer wie sowas ja aber viel mehr weiß ich auch nicht es gibt auch noch sowas wie banner und es gibt glaube ich kanilchen also ich habe schwert mit schwer zu gesteckt ich den schwer den arsch geschoben ich wollte gerade noch ein zwei hündchen ja ich wollte diesen einen kürzer machen wo ich gerade dabei bin noch eben wegholzen damit ich hier nicht so halbe bäume stehen lassen ich komme schon wieder bescheiden aus am anfang brauchst du aber so gut wie keine bäume ja wir bleiben ja wahrscheinlich ähnlich hier aber so passt ich finde doch nicht ganz nett hier aber naja ja ich weiß nicht keine ahnung was wir wo wir landen wir gucken mal wo wir ein bisschen freie fläche finden jetzt schon aber seit gebaut hier ist doch wer war das was wird hier schon was weg gebaut am pilz ich nicht der pilz ist kaputt aber hier ist doch eigentlich schlecht oder ich wollte das hässchen nur kurz sehen aber kein problem macht mich kaputt hier war gegen kugat noch eins da gibt es essen was hast du gekriegt ok was ist der unterschied zwischen kanilchen fleisch und einem rohen kanilchen kann ich aber hier ist doch eigentlich gar nicht so schlecht oder wenn wir uns erstmal für den anfang ein kleines häuschen hinbauen können wir machen hier ist äh holz bald genug und hier ist los in wer die wecker mitgenommen ich bin ja irgendwo ist mir gar ich wollte nur dass die kante da gerade machen ich hatte übrigens auch noch einen lustigen mod gefunden damit ich die anderen sichten natürlich auch anzeigen kann aber der ist natürlich jetzt nicht für die 1 8 nutzbar werden wir aber sofort reinholen sobald es funktioniert bots kommen dann je nachdem wie weit wann die schnell wie schnell die kommen wie schnell wir aufnehmen wann wir aufnehmen wo wir überhaupt aufnehmen genau ein bisschen rasen ich glaube schon genug holz dass wir aus holz bauen können also ich habe schwarzholz eichenholz bretter 52 stücke im inventar so haben wir nicht viel mal viel machen ist mir dann wurscht ich baue schon mal erstmal und er auch ich habe stein geholt hey seien raw rabbit also der ähm rohe hase sieht aus wie ein fetus fetus heißt die liga nicht fetus ähm ich habe mich glaube ich schon verlaufen das ist gut so jetzt habe ich holz mehr jetzt du hast erstmal dein inventar aufgemacht jo alles klar alles klar hier seid ihr aha wir kommen ja am besten nach Pappen ne decke brauchen wir nicht ne wird überbewertet ein ofen sehr schön jetzt erstmal holzkohle brennen ey werkzeug machen jetzt mach mir gleich den boden unter den füßen weg bist du doch gewohnt dass man dir den boden unter den füßen weggräbt oder das war fies aber du weißt wie es gemeint war ich kriegst noch eine weil sie fies war auch die tür vielleicht hm hm hätte was wir wollen genug liegt mit dem ofen erstmal oder ja also ein zwei fackeln machst das glaube ich schon nicht schlecht ich habe gar keine schwierigkeit eingestellt schwierig hat gerade was ist das hier für türen das heißt immer hier wo die sie cooler aus als ja das haben sie echt gut gemacht ja zomi 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 hab dich glaube ich gerade geschlagen ja 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 ich setze einfach mal auf normal ne ja aber ich muss erstmal wieder mit der störung klarkommen die mal hier ist rosen groß scharf ja ich hatte leider keine zeit mehr und dann noch ein paar jetzt habe ich groß handelfleisch ich weiß nicht mal hier ausnehmen kohle ist in der kiste bitte kein creeper hier ist so gut hier habe ich voll gehauen aber die hat sie überhaupt nicht interessiert am traum hier ich hasse hässchen ich hasse hässchen warum sind die so schnell die asen schafe ja ich habe eine spinne ja ich sehe eine spinne ja ich töte spinne und zombie machen also es wird auf jeden fall sehr oft vorkommen dass ich mich verlaufe nur drei mit holzschwert jetzt hier mal ein paar fackeln verteilt also unsere deutsch auswahl schon ziemlich groß war ich es immer gut ja passt immer das wird sieht auch cool aus ja jetzt ist meine schaufel kaputt oh nein rabbit heidt was ist ein rabbit heidt kaninchen irgendwas wahrscheinlich glaube ich nicht aus wie ein fell das spieler spiel lieber auf englisch als auf deutsch natürlich der nachteil dass man die neuesten sachen nicht versteht wenn man das spiel gespielt schön das aussieht ja das cool ich habe ja schon motto die hasen sind neu drin vom spiel selber ja also ich bin jetzt komplett minecraft vanilla sozusagen ja nur halt mit anderen texturen etwas genau die gestion sind ja es geht wie du ein bisschen schön aus nein 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 ich habe nicht das ist ich bin im wasser mit dem ist ganz schlecht was überlebt ja ich habe ich ja im wasser kommen aber ich war gerade relativ nahe land im wasser kann man nicht gegen die kämpfen da kommst du halt nicht weg näher du an denen der dran bist desto schneller schießen die ich habe jetzt auch einfach mal die microsoft mucke angemacht das heißt das kann man sagen dass du immer gar nichts kommt und wenn wir mal doch wieder und ja ich habe auch gerade die mein körper zu dürfen also die ist ja so schlimm ist die ja auch eigentlich näher das gelände schön war das gelände schön was war das ist zugesagt an dem gelände aus stimmt und im nacken ich arbeite du arbeitest soll das denn jetzt heißen hier kannst du kein stinkefinger zeigen ja ich würde sagen wir gehen direkt ein bisschen meinen dann machen wir erst noch ein bisschen essen nein ich möchte nicht den java editor öffnen ich möchte einen ganz normalen editor öffnen und dann ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020